Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei LairSof4 und wir sind hier auf der Suche nach unserem letzten... Ich weiß nicht was es ist, ich gehe trotzdem mal einfach von dem Herz aus, warum auch immer. Das Spiel ist so durch oder durch genug, dass es glaube ich ein Herz sein könnte. Und wir haben wieder die Auswahl. Warte mal, ich will bloß mal gucken, ob ich hier rein kann. Kann ich sogar. Vielleicht könnte ich auch hier lang gehen. Das ist immer so... Wie entscheidend sind die Sachen, die ich hier mache? Oder wo ich lang wandere? Kann auch sein, dass ich jetzt gar nicht mehr zurückkomme. Da sieht es schwobelig aus. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch in die Küche komme oder ob mir wieder der Weg versperrt wurde. Sieht aber genauso aus jetzt. Nee. Okay, hat sich wieder nochmal... Gut, dann gehe ich jetzt erstmal in die Küche. Okay, ich muss da also hier rein. Ah, gut. Alles klar. Haben wir leider was verpasst, denke ich mal. Aber mal gucken. Die Äpfel gehen uns aus. Naja, würde ich jetzt so nicht sagen. Hier liegen ja noch eine Menge. Also... Okay. Sollte das so? Okay, hier haben wir nichts. Es ist zwar schön, dass man hier so vieles öffnen kann, aber meistens bringt es irgendwie... ...nicht so viel. Okay, den Brief kann ich auch nicht nehmen. Und hier haben wir überall nur Äpfel. Kann ich hier auch einen Äpfel nehmen? Ah. Okay, hier haben wir... Man scheint auch nichts weiter drin, außer Bücher. Wie immer. Hier noch irgendwas? Ah ja, eine Tür. Weil ich schätze mal... Ich schätze mal nicht, dass wir zurückkommen. Ich kann es mal spaßig mal probieren, aber ich glaube nicht, dass wir zurückkommen können. Ähm. Ähm. Okay. Werden wir jetzt zurückkommen? Komm, ich will... Ähm. Ah, ist ein bisschen schade. Ich hätte den Gang vielleicht weitergehen sollen, aber... ...nur gut. Was willst du machen? Noch das Teller? Sollen wir hier noch irgendwas aufmachen? Nö. Na gut. Wenn es denn so sein soll. Guten Tag. Was haben wir hier Schönes? Es war einmal ein Mann voller Passionen, doch dann geriet seine Frau aus der Fassung. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hasse den Mann mit Passionen. Okay. Gut. Die Sache ist, das wissen wir schon. Ist aber echt... Eigentlich traurig, dass der seine Frau so aufs Äußerliche dann reduziert sich mal nach all der Zeit. Oh, guck er mal. Okay, ich gebe mal zu, eine Augenweide ist es nur nicht, wenn sie wirklich so ausgesehen hat. Aber... Weiß ich nicht. Ich kann mir das sogar eher... Eher sehr schwer vorstellen, dass sie wirklich so ausgesehen hat, aber... Ähm. Oh Gott. Das ist noch eine Tür. Nein, mach doch die Tür zu, Mann. Äh, äh, äh. Oh, wie geht's hier durch? Oh Gott. Gibt's hier noch einen anderen Weg? Oh, natürlich nicht. Oh Gott, lass mich hier in Ruhe. Oh, das sieht mal normal aus. Schön. Oh, oh. Hey, unser Kind hat wieder gemalt. Schön. Äh. Äh, ja, du kannst, hallo. Nein. Nein. Ähm. Ich weiß nicht, ob das so richtig sein sollte. Oder so richtig war. Okay, anscheinend schon. Nein, nein. Hier ist es auf. Und dann... Ich glaub, dass dieses schwarze Gemotter, das ist so gesehen... ...inso Frau mehr oder weniger. Oder hat mit ihr zu tun. Ich geh ja schon, ich geh ja schon, ich geh ja schon. Alter, wir kommen... Wir kommen in der übelsten Psychose. Kann ich hier wohl drüber? Okay. Ist das sie? Oh Gott. Kann sie uns hören? Das ist alles fixable, oder? Nein. Du verstehst nicht. Sie Gesicht. Sie Hand. Ich... Sie wird sich überrascht. Ich glaube, du redest eher von dir, ne? Okay. Okay. Natürlich ein Weecher-Brett. Äh. Oh. Also, ich kann mich an das Weecher-Brett erinnern, aber... Haben wir hier eine Information, was wir da... Sehr geehrter Herr, meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 36388... Ach, komischerweise kennen wir ja irgendwo hier. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Das Ding ist... Wir haben hier... Mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Können wir vielleicht irgendwie nochmal in Dokumente rein gucken? Leider nicht. Also, was wir gelesen haben... Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier ihren Namen eingeben müssen. Hier ist zu, ist auch zu. Boah. Und weil die Nummer, die ist ja zu kurz. Die Nummer ist ja echt zu kurz. Geht nicht. Ja gut, da kann ich jetzt irgendwas hier eingeben. Ich weiß aber nicht, was ich mich... Wie gesagt, das heißt, ich weiß nicht, ob... Curry und Gronkh da irgendwas... Was mit anfangen konnten? Wir machen mal A. Okay, hätte ja sein können, dass man einen Buchstaben irgendwie so bestätigen kann. Ich würde das halt echt gerne wissen, was man... Nein, was man hier machen kann. Oder wie man das bestätigen kann. Naja, sein könnte, dass das dann aufblinkt und... Aber ich will mich jetzt noch nicht zu lange dran aufhalten, wenn ich nicht weiß, was ich hier eingeben muss. Ich habe es wahrscheinlich schon im Laufe des Spiels gesehen, aber... Irgendein Hinweis... Steht hier irgendwas an der Wand vielleicht? Weil wenn, dann müsste es ja wahrscheinlich auch auf Englisch sein, was wir eingeben müssen, aber... Okay, hier komme ich nicht zurück. Ach, das würde ich schon gerne wissen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich... Ich... Ich weiß es einfach nicht. Was? Vielleicht finden wir hier was und können nochmal zurück. Ich glaube aber eher nicht. Das muss wahrscheinlich schon zugeschlossen sein, ne? Ja. Das ist echt schade. Das ist echt schade. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es... Was? Ich finde, sie ist es. Ich weiß, dass es... Dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann, wundervoll sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert, als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles so sinnlos. Die Musik half... Sie tut es nicht mehr. Okay. Und sie ist nur noch... Sie ist nur noch am... Voll. Kurz sagen, komme ich hier rein. Wahrscheinlich. Schade. Ja, natürlich. Er hier wieder. Kann ich da die Lampe anknipsen? Nee. Der Gang kommt mir viel zu normal vor, als ob das hier... Jetzt habe ich hier einfach durchmarschieren könnte. Okay. Das ist doch eher wieder unser Ding. Warte, ganz wichtig. Was ist das so lange dauert? Öffne diese Tür. Ich muss es gehen. Öffne es. Hölle ist... Oh Gott. Nein. Nein, 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 nein. Was hast du getan? Nein. Okay, ich glaube, wir wissen, was sie gemacht hat. Also, sie konnte es einfach... ...einfach nicht mehr aushalten, auch mit ihm nicht. Oder gerade wegen ihm nicht. Und wir haben hier... ...kriegen hier so gesehen also gerechte Strafe. Ja gut, aber mit dem kann ich es ja nicht. Oh, warte, warte. Hä? Hä? Oh Gott. Oh. Oh. Okay, es war bloß mal zum Reinglunschen. Ich hoffe, ich darf nochmal. Ja. Da war doch immer, ignoriere sie. ...hier und ingriere sie nicht mehr. Oh Gott. Ich wollte es nochmal austesten, ob ich wirklich bis zu ihr schwimmen muss oder nicht. Warte mal kurz. Komme ich hier wieder weg? Ja. Also, kann sein, dass ich hier noch nicht raus... Ne, ich muss zu ihr schwimmen. Okay. Vielleicht war das mit dem Ignorier-Sie auch bloß über... ...für eine bestimmte Zeit. Sorry, dass ich es jetzt deshalb ein bisschen strecke, unfreiwillig, aber... ...ich komme ja auch nur woanders hin. Ich muss zu ihr. Junge, warum schwimmst du ja nicht gerade? ...ich habe jetzt aber nicht abgebrochen. Äh... Hä, wie oft muss ich denn das machen? Ich verstehe jetzt gerade null. Oh. Okay. Bin ich falsch geschwommen? Oder kommt eine neue Sequenz? Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Finally, someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster. But at least there was to come something beautiful from all this filth. Aha. Aha, wir haben das Letzte also fürs Bild, na toll. Ähm. Okay. Ich dachte jetzt wäre es schon zu Ende, aber, oh, halt, warte. Müssen wir ja Schach spielen, warum auch immer. Äh, eins wird nicht reichen. Äh, okay. Creepy dude, creepy dude, ey. Ne, das ist nichts. Äh. Ist doch bloß eins? Ich meine, hier liegen so viele rum, aber. Ich habe ja auch keine Tür oder sowas. Also es muss auch noch mehr geben. Was hier, Jägermeister? Oh, jetzt so eine kleine Sache auch noch suchen. Da bin ich ja auch richtig gut drin. Das merkt man, glaube ich, schon. Ähm. Ah. Reicht das? Alter. Alter. Soll ich mich jetzt hier ansetzen, oder wie? Oh, Junge. Ist ja gerade richtig böse auf den Ohren weh getan. Hilfe. So muss ich jetzt hier noch eine weiße Figur, äh, Figur ist ja schon. Oh. Okay, hier geht es ja weiter. Warum lag deine Ratte drin? Okay. Alter, komm schon. Nee. Auch nischt. Oh, jetzt ist ja noch ein neuer Raum aufgetragen. Hier waren wir ja schon drinnen. Oh, das Geräusch auf den Ohr. Das Geräusch auf den Ohr. Nee, das ist vielleicht... Hey. Hey. Warum? Ich will fast sagen, warum kann ich die nicht nehmen? Aber wenigstens habe ich ihn gesehen. Okay, wieder zurück. Weiter gespielt. Ähm, hallo? Oh. Ähm. Äh. Charlotte, äh. Wait.